Weiter geht's bei König Milsas von den Prussen und das ist der stolze, äh momentan noch Oberhäuptling von den Prussen und wir arbeiten daran, das Königreich der Prussen zu begründen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Crusader Kings 3 zur zweiten Staffel und wir werden am Anfang der Staffel bzw. ich immer so einen kleinen Überblick machen. Wir gehen einmal durch die Karte, was sich so getan hat in der letzten Staffel und gucken uns die angepinnten Charaktere mal an. Was ich so für wichtig erachte, damit wir auch alle so ein bisschen noch einen Überblick haben, worum es hier geht. Also, unser Häuptling ist ein fleißiger, tapferer, schüchterner, dilettantischer Verschwörer. Sehr interessant, das heißt für mich zum Beispiel, dass wir nicht bewusst Leute einladen werden als Champions und das ist das erste, was ich mache, damit ich das nicht vergesse. Wir haben hier den guten Karpa. Karpa ist ein ukunoskonischer, wespischer Gast. Allerdings ist er mit sehr gutem Kampfgeschick ausgestattet und da ich hier jetzt nichts sehe, was uns daran hindern sollte, auch jemanden anderen Glaubens da reinzuholen. Also, wir haben hier sehr fleißig und tapfer, da kann ich mir das gut vorstellen, werden wir ihn auf jeden Fall einladen und sagen, dass wir ihn an den Hof rekrutieren möchten. Das kostet uns ein bisschen Geld. Wir halten 20 ansprang, weil wir schüchtern sind, aber ich denke, das sind Dinge, die sind okay. Andere Sachen werden wir nicht machen. Wie gesagt, Champions einladen, das ist nicht unser Ding. Da kümmern wir uns nicht drum. So, die Gefangenen können wir uns auch gleich nochmal angucken. Jetzt gucken wir uns aber erstmal die Karte an, was hier so passiert ist. England ist im Moment im Krieg gegen Schottland. Die haben hier oben ein bisschen was besetzt, beziehungsweise es heißt in dem Fall noch das König, das Herzogtum Alba. Norwegen hat hier oben ein bisschen was besetzt. Dann ansonsten, die sind noch in einem internen Krieg. Also hier wird es interessant, es gibt hier, wie es ausschaut, zwei interne Kriege und ein Krieg gegen Schottland. Also auf jeden Fall ein Verteidigungskrieg gegen die Normandie. Also sehr interessantes Thema auf jeden Fall. So, dann gibt es hier Frankreich. Die haben im Moment nichts Großartiges. Die sind weder im Krieg mit irgendwem noch sonst irgendwas. Dann gibt es hier unten Kastilien. Die sind auch verbündet mit Narvara. Ansonsten auch nichts Besonderes. In der Halbinsel hat sich auch nichts getan. Hier gibt es das Römische Reich. Die Toskana ist unabhängig. Die Lombardei gibt es hier. Pyrmont, Provence. Also hier wird es interessant, was sich hier rauskristallisiert in Zukunft. Das Pontifikat gibt es auch noch. Toskana ist relativ groß geworden. Wie man sieht, hier unten gibt es noch Apulien. Da bin ich wie gesagt gespannt, was hier raus wird. Das Heilige Römische Reich hat sich ein bisschen ausgebreitet. In alle Richtungen. Aber am Ende des Tages ist auch da nicht allzu viel passiert. Es ist immer noch der Kaiser Heinrich an der Macht. Kaiser Heinrich IV. Und wenn wir ein bisschen reingehen, dann hat sich hier wahrscheinlich auch nicht allzu viel getan. in dem Reich. Mal ganz davon abgesehen, dass wir das gerade eh nicht sehen können. So, da haben wir es. Das wäre zum Beispiel hier oben. Angria ist mit dabei. Dann gibt es hier Oberlothringen. Bayern hat sich das auch nicht groß ehrlich verändert. Böhm. Also da hat sich noch nichts getan. Da bin ich mal gespannt, was sich da entwickelt. Die wohl interessanteste Entwicklung ist hier in dem Bereich tatsächlich geschehen. Vor unserer Haustür. Novgorod, was ja ehemals ein bisschen größer war, ist im Krieg gegen Polen, ich meine das war gegen Polen, gefallen. Beziehungsweise nicht ganz gefallen. Sondern Polen hat sich hier ein ganzes, jetzt gucken wir mal auf die Karte, das ganze Königreich Rutenien geschnappt. Und ein Stück von Weißrutenien. Das ist sehr interessant. Es gibt hier noch Perselav. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann das fallen wird. Ich meine, die haben auch nur 400 Leute. Die sind schon eingekerkert beim König Woleslav II. Der Kühne von Polen. Also bin ich mir sicher, dass das auch bald fallen wird. Also da haben wir einen großen, ich möchte gar nicht sagen Konkurrenten, aber da müssen wir echt aufpassen. Zumal die Polen auch katholischen Glauben sind. Und wir sind idealistisch. Wenn da jetzt irgendwann der große Krieg kommt, der Glaubenskrieg, dann haben wir echt null Chance. Vor allen Dingen, weil wir die Polen und die hier gegen uns hätten. Also da auf jeden Fall eine sehr interessante Konstellation, was hier mit den Polen in Zukunft passiert. Das heißt für uns natürlich auch, wenn die so stark sind, obwohl 5000 geht noch, aber ich meine, die sind mit Gott und der Welt verbündet. Wir brauchen also auf jeden Fall weitere Besitztümer. Das heißt in die Richtung werden wir uns weiter ausbreiten. Das stelle ich mir momentan so vor. Unser Königreich wollen wir auch noch gründen und dazu kommen wir jetzt. Wir haben zwei Waffenstillstände mit Samogitia und Dinlet Town. Und mein Ziel ist auf jeden Fall für diese Staffel diese Provinz hier unten. Dieses kleine Hopplingstum Gardinas möchte ich gerne haben und auf jeden Fall natürlich unsere heilige Städte, die hier liegt, Braslau. Die wollen wir auch haben. Das geht bei uns aber erst in ein paar Jahren. In Litauen geht das ab dem 7. Dezember 1989. Das sind noch gute fünf Jahre. Und bei Samogitia ist das am 22. Oktober 1986. Das sind also noch knappe zwei Jahre. Das denke ich mal, können wir gut überbrücken. Ansonsten gibt es den guten Häuptling Budo. Das ist unser Vasall. Er mag uns tatsächlich ganz gern. Und der gute Häuptling Budo ist ein dufter Kerl. Er ist unser Freund. Er hat hier einen kleinen Häuptling in der Schlacht erschlagen. Ja, das ist aber nicht ganz so wichtig. Dann gibt es Häuptling Glonde. Und Häuptling Glonde ist ein kleiner Verbrecher. Das ist das Problem. Wir sehen es hier als Verbrecher bekannt. Und deswegen werden wir auch ihm keine weitere Beachtung schenken. Er ist unser Ratskanzler. Aber viel mehr werden wir da nicht machen. Ich meine, wir sind zwar schüchtern, aber auch tapfernd fleißig. Die litantische Verschwörer. Also da werden wir nicht so viel machen. Und dann gibt es noch Häuptling Dugvillers. Er ist ganz okay. Ja, wir mögen uns. Ja, wir sind, ich würde nicht sagen Freunde, aber wir respektieren uns. Er ist unser Ratsspitzel. Ratskanzler und Ratsmarschall. Und dann gibt es noch Häuptling Alvidas und Karatas. Das sind unsere beiden Söhne und Vasallen. Den haben wir ein bisschen Land gegeben. Okay. Dann gucken wir uns mal unsere Kinder an. Wir haben eine ganze Menge Kinder. Die passen gar nicht mehr auf die Liste raus. So viele Kinder haben wir. Das wird auf jeden Fall später interessant werden. Und wir haben den guten Golding. Der ist ein bisschen zart beseitet, aber ihm fehlt noch eine Ehefrau. Und das habe ich mir schon mal angeguckt. Und wir können nämlich sehr gut bei den Posten und Vitalismen bleiben. Und dort gibt es, wenn wir das nach dem Alter sortieren, die gute Betten Wermi. Wir könnten auch Sidas Wermi nehmen. Aber wir haben die alle so viele Kinder. Sie ist paranoid und schüchtern. Dann hätten wir noch Duggas Wermi, aber sie ist buckelig. Das möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht buckelig und zart. Dann würde ich tatsächlich die gute Betten Wermi nehmen. Und sie ist mit Häuptling Glonde verbundelt. Beziehungsweise sie ist seine Tochter. Das geht gerade so. Das finde ich okay. Da habe ich auch lange darüber nachgedacht, ob ich das als König so machen würde. Aber ich denke, gerade weil wir schüchtern sind, ist es uns in dem Fall egal, was er auf dem Buckel hat. Er ist ein guter Vasall von uns. Er mag uns. Wir mögen ihn. Und deswegen verheiraten wir, auch gerade weil wir zu schüchtern sind, an andere Leute heranzutreten, unseren neuen Sohnemann, den neunten mittlerweile, an die gute Betten Wermi. Matrilin, ja, kommt nicht in Frage. Deswegen bekommt Betten auch 400 Prestige. Der Vorschlag wird abgeschickt. Da machen wir direkt weiter. So. Seid gegrüßt, meine Nachdenklicher, lehnt es ja allzu gern. Nehme ich das Verlöbnis an. Euer Sohn Golding und meine Tochter Betten sind von nun an verlobt. Sehr schön. Das ist gut. Was nämlich ein bisschen... Okay. Hat sich erledigt. So. Als nächstes würde ich gerne... Ein Bauernpöbel hat sich aufgelöst. Das finde ich übrigens sehr interessant, dass wir nicht mal irgendwelche Fraktionen haben. Okay. Vielleicht sollte ich das nicht zu laut sagen. Aber wir haben de facto keine Fraktion. Jetzt gehen wir mal in die Entscheidungen. Den Hauptsitz entwickeln. Die Entwicklung an eurem Hauptsitz verbessern. Können wir machen. Beim Thema... Das müssen wir uns gleich mal angucken. Beim Thema Jagd und Festmahl. Würde ich tatsächlich... Zumindest beim Thema Jagd würde ich fast sagen, ja. Wir sind tapfer und fleißig. Das Tapfere sticht, glaube ich, in dem Fall tatsächlich das Schüchterne aus. Das heißt, eine Jagd könnten wir... Könnten wir machen. Jetzt muss ich mal gucken. Das gibt Abbau von Anspannung. Und bringt Prestige. Das Festmahl würde ich tatsächlich auch versuchen zu machen. Allerdings würde ich das auswürfeln. Aber mit einem etwas größeren Bonus für die Nein-Seite. Das heißt, ich habe hier zwei Würfel. Und ich würde nur eins bis vier sagen. Wir machen das Festmahl. Alles andere ist Festmahl wird nicht gemacht. Einfach aus dem Grund... Wir sind schüchtern und wir können uns da so ein bisschen zu durchringen. Aber im Großen und Ganzen machen wir das eher nicht. Und jetzt machen wir erstmal eine Jagd. Und das werden wir auf jeden Fall tun. Und danach gucken wir mal, dass wir uns vielleicht ein Festmahl erwürfeln. So, Herzog Givinomir. Ah, das ist unser Verbündete. Oh, das ist gut. Gegen Graf Aaron von Cheshin. Ist das ein Verbündete? Ach, das war ein interner Krieg. Ja, ja, ja. Das ist gut. Okay, das ist gut. Aber jetzt müssen wir trotzdem nochmal unsere Gefangenen durchgehen. Wir haben Häuptling Sven Taragis von... Oh Gott, wo kommt der denn her? Ach, von Braslau. Hm. Er mag uns sogar ein bisschen. Das ist ja interessant. Er ist ein guter Mediziner. Gut, ich meine, wir haben eine gute Medizinerin. Das kommt dafür nicht in Frage. Ich finde ihn aber einfach als Charakter sehr interessant. Gute Bildung. Er ist ein Pionier, ein Wintersoldat. Er hat Kriegsführungswert 11. Das ist grundsätzlich nicht schlecht. Aber halt auch nicht sehr gut. Ist die Frage, kriegen wir da irgendwie Geld von ihm? Ach, guck mal, wir können. Hm. 23. Ja, meine, wir sind nicht geizig. Komm, wir lassen ihn frei. Ich denke, das ist okay. Entschuldigt, bitte. So, Lito. Was ist er denn für einer? Jetzt gucken wir mal, wo er ist. Gefangener, vernünftig. Feigling, sein Lehnsherr ist auch der Litauer. Ich glaube, er ist einbeinig verwundet. Wir kriegen kein Lösegeld für ihn. Den lassen wir im Kerker. Oberhäuptling Milda. Auch ein Litauer. Auch er hat keine besonderen Eigenschaften. Kriegen wir für ihn Lösegeld. 50. Ja. Oberhäuptling Milda. Oh Gott, entschuldigt bitte. Ja, dann lassen wir sie frei. Passt. So, im Hausarrest. Im Kerker für sieben Monate. Swantas Palenke. Hat auch jetzt nichts Besonderes. Ist wahnsinnig. Ein wahnsinniger stattlicher Zwilling. Och Gottchen. Ja, okay. Also, dann gucken wir mal, ob er dafür Lösegeld für ein Gefallen. Dann bleibt er drin. Und dafür kriegen wir auch nichts. Okay. Dann haben wir das erledigt. Dann kriegen wir ein bisschen Geld. Und mit dem Geld können wir jetzt mal schauen, dass wir tatsächlich mal ein bisschen was... Ja, sehr schön. Dass wir ein bisschen investieren in unsere Hauptstadt. Und wir haben nämlich die einfache Palisade. Ich weiß gar nicht, ob wir die aufrüsten können. Ne, da brauchen wir Prestige für. Wir können mal gucken, dass wir noch was bauen. Aber dann machen wir erstmal die Jagd. Man könnte das Tier für eine Kreatur der Legende halten. Vielleicht gar für eine Gottheit in verwandelter Gestalt. Werden die so groß, aber so gewaltig. Auch nachdem die Bestie verwundert war, dauert die Verfolgungsjagd einen halben Tag lang. Sie ist nach wie vor vor... Sie ist wie vor einem beeindruckenden Anblick auch tot am Boden vor mir. Sie ist nach wie vor ein beeindruckender Anblick auch tot am Boden vor mir. Irgendwie fehlt hier ein Stück. Egal. Also wir erhalten wieder Geld oder Dagas gewinnt Meinung von uns. Unsere Seelengefährtin liebt uns doch so ein Soschen über alles. Wir sind bei 120. Wir sind irgendwie bei 150. Ich glaube, darauf können wir tatsächlich verzichten. Die Frage ist nur, was würde er denn machen? Würde er das Ding wirklich verticken? Und ich meine, er ist in der Verwaltung sehr gut. Ja, doch. Ich würde schon sagen... Ah, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, so das Thema schüchtern. Das würden wir, glaube ich, nicht machen. Ich denke, wir nehmen einfach die Kohle und dann ist gut. Okay. Jetzt haben wir aber tatsächlich genug Geld und können wirklich mal gucken, ob wir in unsere Provinzen ein bisschen was investieren. Das ist ja einmal die Hauptstadt-Provinz. Da können wir... Ne, jetzt, Moment. Jetzt machen wir erstmal das hier. So, wir könnten Versammlungshalle bauen. Das erhöht die Aufgebote und den Kontrollzuwachs und das Prestige. Das finde ich nicht schlecht. Ansonsten die Märkte erhöht die Steuern. Aber im Moment, solange wir noch das Stammestum sind und noch keine Feudalregierung, glaube ich, ist das erstmal wichtiger. Gerade mit der Prestige. Wir können 200 Prestige investieren und ich glaube auch, dass das sogar wichtiger ist für die Zukunft. Ja. Das werden wir machen. Das dauert fünf Jahre und dann ist das 90 fertig. Das bringt uns ein bisschen Prestige und Kontrollzuwachs in den Gemeinden. Das ist gut. Die Jagd nähert sich ihrem Ende. Wir sitzen auf und lassen das Jagdgebiet hinter uns, während die Diener unsere große Beute und anderweitig erlegtes Wild für die Reise vorbereiten. Trotz aller Schwierigkeiten lief die Jagd sehr gut. Oh, sehr schön. Wir erhalten 150 und das bringt uns zu dem Punkt ein Festmahl veranstalten. und ich würfle eine 9 und das heißt, wir machen kein Festmahl und ich würde sagen, wir würfeln das jetzt einfach jährlich einmal aus und gucken mal. Wir sind für die Hingabe und euren Glauben bekannt. Wir sind bei Gläubig. Jawohl. Sehr schön. Das ist gut. Undisziplinierte Rekruten. Heute beobachtet ich Häuptling Douglas, dabei wie er eine seiner neuen Aufgebote ausbildet, aber die Rekruten unter seinem Befehl ähneln mehr einem wilden Mob als einer Armee. Äh, ja. Das sind halt Aufgebote. Ich schaue weiter zu, als er verzweifelt versucht, die Lage in den Griff zu bekommen, aber er ist eindeutig überfordert. Ob schon es nie einfach ist, neue Soldaten auszubilden, muss er unbedingt besser werden. Ich lehre ihnen, was ich über das Führen von Menschen weiß. Äh, nix. Ich munte ihn nach der Übung auf. Ich schelle ihn ob seines Versagens. Hm. Das kann ich mir bei ihm zumindest mehr als die anderen vorstellen, aber das ist ja auch wieder ein Punkt, weil wir schüchtern sind. Also am Ende des Tages kriegen wir für alles Anspannung. Wir kriegen am wenigsten Anspannung für seine Schelle. Es ist die Frage, wie mag uns denn der gute Douglas? Wie steht er denn zu uns? 67. Vielleicht der natürlich ein bisschen Meinung von uns. Ah, das ist natürlich jetzt... Ah, das ist schwierig. Aufmuntern machen wir nicht. Das machen wir schon nicht, weil wir schüchtern sind. Ich glaube tatsächlich, dass das hier für ihn die beste Option ist. Auch wenn es vielleicht für das Spiel die, die in... also keinen großen Sinn macht, aber er ist schüchtern, deswegen würde er wahrscheinlich eher nicht mit ihm reden und er ist tapfer und fleißig. Er hat seine Leute gut besser unter unter Kontrolle und dann ähm, schellt er ihn einen ob seines Versagens. Ich glaube, das ist tatsächlich das, was unser Häuptling Milsas in der Situation machen würde. Okay. Dann können wir mal schauen, ob wir in die nächste Provinz von uns auch noch was investieren. Wir haben ja sechs Titel. Oberhäuptlingstum der Masuren. Das wollte ich gerne irgendwann an den Sohn von uns übergeben. Das Häuptlingstum Pommesania, da haben wir was investiert. Schalaun. Das könnten wir machen. Jadwinger. In Schalaun könnten wir überlegen, ob wir da auch was investieren. Das wäre eine Möglichkeit. In Ragnita. Wir können nämlich noch nichts Neues bauen, beziehungsweise genau, das funktioniert nicht mit dem Stammestum. Sind hier Räuber? Ne. So, dann können wir mal schauen. Wir haben hier einen Handelsaußenposten und ah, das kostet 200 alles. Aufgebote, Garnison, Festungsstufe. Das wäre gerade für den nächsten Krieg, wenn wir in diese Richtung gehen, nicht schlecht. Was hat Übermemmel? Ihr könnt einen neuen Lebenswandel freischalten. Ja, das können wir machen. Übrigens noch ein Jahr, dann können wir den Krieg erklären. Die sind schon bei Stufe 2. Die sind auch bei Stufe 2. Die haben tatsächlich Langhäuser gebaut. Ich meine, ein Kriegslager wäre natürlich auch nicht schlecht, ne. Macht die Aufgebote noch höher um 150. Rette Effektivität, schweres Fußvolk, Plänkler Schaden. Ah, ist schwierig. Also eigentlich bräuchten wir, das ist wieder so eine Sache, eigentlich müssen wir alles bauen. Aber ich glaube, für unser Krieg ist tatsächlich das Kriegslager am besten geeignet im Moment. Dann würde ich tatsächlich das mal gleich bauen in Anbahnung an den nächsten Krieg. Okay. Vorzüge. Wir gehen weiter hier runter zum Galanten. Das passt am besten zu unserem König. Beziehungsweise gucken wir nochmal hier. Leichte Reiterei, schweres Fußvolk, Abschirmung. Ne, wir machen erstmal das Galant zu Ende. So, ich bin übrigens tatsächlich ein Freund davon, das in dem Fall wenig zu mischen. Ein bisschen okay, aber ich bin tatsächlich ein Freund davon, nach den Eigenschaften zu gehen, weil ich immer noch glaube, dass ein König keine Liste irgendwo hat von irgendwelchen Dingen, die er, das passt für mich rollenspielerisch einfach nicht, was er machen will, sondern ein König hat ein Ziel vor Augen, zumindest unser König, weil er ja auch tapfer und fleißig ist und er hat das Ziel vor Augen galant zu werden, das finde ich passt am besten zu ihm und Aufseherstratege würde auch noch gehen, das könnte man überlegen danach zu machen, aber ich denke so ein, zwei Abweichende sind okay, aber ansonsten bin ich tatsächlich ein Freund davon, nach den Vorzügen zu gehen und quasi die Vorzüge durchzugehen und dort draufzusetzen und die dann komplett zu erforschen beziehungsweise zu übernehmen. Okay, dann können wir eigentlich ein bisschen schneller machen, wir müssen jetzt eh noch ein bisschen warten. Ach guck, der gute Alvidas, ja, wir haben Alvidas ja, Shemno gegeben, das müsste, glaube ich, ist das unser Thronfolge, ach nee, Olytis, der ist ja zweiter in der Thronfolge, ja, genau. Er ist verlobt mit Wesley Kahn, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo sie herkommt, aus, 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 sie ist vitalistisch und prussisch und ihr lehnt es ja als Häuptling Budo, ah, genau, das war die Tochter, das war die Tochter von Häuptling Budo, okay, wie ist sie denn mittlerweile drauf, gierig, sprunghaft, maßvoll und unser Sohn ist stur, gerecht und zynisch, na, gerecht und gierig, das passt doch richtig gut zusammen, sehr schön. Ich bin stolz, dass mein Sohn nicht mehr als Kind, sondern als Erwachsener angesehen wird, mit der richtigen das kaum ein natürliches Talent für irgendetwas zu haben scheint, doch ein echtes Verständnis dafür lang, wie man etwas plant, wie man sie und wie man es dann macht. Doch, nun ist das schwer zu sagen, alles was man ihm aufträgt, wird von anderen erledigt, bevor er dazu kommt. Zudem erzählt er keine Lügen mehr, wie er es früher tat, vielleicht ist er doch nicht so schlau, wie wir alle dachten. Och, das geht aber, was bekommt er denn ein flüchtiger Schatten? Wow, ein Ränkespielmeister, sehr schön und ich bin echt gespannt auf unseren neuen Erben. Er ist nachsichtig, paranoid, schüchtern, undurchschaubarer Intrigenspinner. Wahnsinn, also das wird ein ganz, ganz interessanter Charakter. Eine Fraktion, eben gerade habe ich es noch gesagt, das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Und damit haben wir unser jährliches Fest mal durch und natürlich, wir werden die Einladung annehmen. Gerade bei Häuptling Budo, das steht für uns gar nicht in Frage, weil er unser Freund ist, kommen wir natürlich selbstverständlich. Und alle Gäste versammeln sich in der großen Halle und Häuptling Budo begrüßt uns alle zu dem Fest, zu dem wir großzügig eingeladen wurden. Oh Gott, das sind aber viele Leute hier. Jetzt gucken wir nochmal, ob er mittlerweile irgendwelche interessanten Verbündeten hat. Ach Gott, Litauen. 3200, warum denn so viel? Budo ist nicht mit dabei, die Litauen mit 600. Wie viel hat er mittlerweile? 182. 1100. Na, okay. Alles klar. Von allen Posen, die ich schon erlebt habe. In Häuptling, glornes, geistlosen Bemühungen meine Beziehung zu meinen Nachbarn zu verbessern, hat mein nichtsnutziger Ratskanzler offiziell Herzogin Salomeas Anspruch auf das Häuptlingstum von Sassen anerkannt. Och Gott, Leute, ernsthaft? Wer ist die denn aus Kujawien? Wasall im Königreich von Polen? Na, das fehlte mir noch, ey. Och Gott. Auf und auf, was hat die jetzt Kujawien? Na, toll. Da unten auch noch, aber auf die Grafschaft, ja gut, mit dem haben wir ja nichts zu tun. Dann soll er das mal tun. Getrübtes Urteilsvermögen. Als ich sehe, wie sich die Augen von Häuptling Budo bei meinen Worten weiten, wird mir klar, was ich da gerade über Liebe gesagt habe. Ich schiebe mühsam meinen Krug vor mir her. Das tut mir ein bisschen leid. Ich hatte doch ein bisschen viel zu trinken. Mühsam versuche ich mich aufzurichten. Glaubt mir kein Wort. Das ist ein Champion. Achso. Er fährt von dem Geheimnis der Affäre. Aha. Ein geistesgestörter Abenteurer. Na, jetzt nicht Glückwunsch. Peinlich Ungedut. Heute ist das Essen leicht verspätet serviert werden würde. Und Grasus sieht aus, als würde sie vor Verdrugs gleich platzen. Vielleicht eher vor Hunger. Wer ist sie? Ah, die Frau von unserem Schwager. ist eine unserer Schwägerin. Sehr interessant. Wenn nicht gerade ihr Magen knurrt, hört man sie selbst unzufrieden knurren. Sie macht sich zum Narren. Höflicher Gast. Wir verlieren Anspannung. Nein, ich glaube, nein, ich würde sagen, nein, wir sagen nichts. Wir genießen den Abend. Wir wurden ja schon von Häuptling Budo eingeladen. Wir sitzen schüchtern in unserer Ecke und mümmeln unseren Bart. Manche irgendwie zum Lachen. Okay. Was für ein Festmahl, ich werde mich noch lange an diesen Tag in den Hallen von Häuptling Budo erinnern. Nun müssen die Spuren von Frohsinn und Wein abgewaschen werden und meine Dienste fürs Reich erwarten mich. Wir erhalten 20 Anspannung. Okay, ich glaube, das war es tatsächlich, das war es tatsächlich wert. Okay, na dann, warten wir mal ab, bis wir den Krieg erklären können. Das sollte nicht mehr so lange sein. Das Problem ist natürlich, dass er immer stärker wird. Wie weit ist er, die Litauer? Ah, das geht noch. Okay. Galindas hat die Aufgabe Kultur fördern in Yadwinger beendet. Oh, das ist gut. Das gucken wir uns gleich mal an. Die Ausbildung eines Schlachterosses. Als ich die Stelle inspiziere, fällt ein Blick auf die Stute. Das Pferd steht abseits von den anderen, wirft seinen Kopf herum und stampft mit den Hufen auf. Ich bewundere seine starke Hinterhand und den edlen Hals. Dieses Tier hat einen vorbildlichen Körper, aber ein übles Temperament. Plötzlich habe ich Hunger auf Lasagne. Ach, das kennt er noch gar nicht, das Gericht. Ich habe noch nie ein derartiges Schlachteross gesehen, aber der Stallmeister beharrt darauf, dass das Tier sich jeder Ausbildung widersetzt. Hm. Hm. Ich scheue vor keiner Herausforderung zurück. An solch edles Ross wird einen großen Preis erziehen. Nein. Also, wir sind tapfer und fleißig. Wir machen natürlich, wir scheuen vor keiner Herausforderung zurück. Das Pferd legt die Ohren an, als ich mich nähere. Es ist mehr als deutlich, wie sehr es mich verachtet. Dieses erste Treffen ist wichtig, wenn ich mehr das Vertrauen und Respekt des Hauses sichern möchte und ich muss mich entscheiden, wie ich es angehe. Wer die Bestie 10 will, braucht eine ruhige Hand. Hm. Funktioniert, wenn Diplomatie hoch ist. Ränkespiel. Also, wir haben die Option Kampfgeschick, Diplomatie oder Ränkespiel. Gucken wir mal. Kriegsführung, Verwaltung, Kampfgeschick. Diplomatie ist nicht so gut. Dann würde ich tatsächlich die Kampfgeschick Option nehmen. Die passen dann am besten zu uns. Das wäre dann, wer die Bestie 10 will, braucht eine ruhige Hand. Welch überwältigendes Gefühl, das starke Tier folgt jedem meiner Befehle. Nun, da ich sein Vertrauen gewonnen habe, scheint es mich beinahe ins Herz geschlossen zu haben. Ich werde dieses Pferd als mein persönliches Schlachtross behandeln. Ihr erhaltet den Schlachtross Perk. okay. Plus, oh, sehr cool. Und ein Kriegsführungslebenswandel. Ja, das finde ich gut. Sehr cool. Wunderbar, das machen wir gleich. Jetzt gucken wir aber erstmal die Aufgabe an. Wir haben Kulturfördern erledigt. Da sagen wir Ihnen gleich wenigstens einer, der hier ein bisschen was auf dem Kasten hat bei uns. dann machen wir das gleich mal weiter, dass die prussische Kultur sich hier ein bisschen ausbreitet. familiärer Ruf, Häuptling Alvi, das hat 20 Meinung von euch erhalten. Dies geschah trotz des schrecklichen Diplomatie Wertes. Gut, der mag uns ja so und so schon, aber einfach, weil er Respekt vor uns hat. Okay, gut, dann ist das so und dann werden wir uns nochmal einen Lebenswandel Treu und Respekt Meinung der Ehepartner, Werte durch Ehepartnerratsaufgaben plus 25, dann holen wir uns beim nächsten Mal den Friedensstifter und danach bekommen wir die Eigenschaften Galant, Kriegsführung plus 2, Kampfgeschick, monatliche Prestige plus 20%. Das ist genau das Richtige für unseren Häuptling Milstags und wie es weitergeht ihr Lieben, das erfahrt ihr morgen. Also, macht's gut, bis dahin, euer Strategie, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.